Äh, hallo? Hallo, kann mich bitte jemand hier rausholen? Oh nein. Hallo? Hallo, ich bin nicht ihr, ich bin der kleine Typ hier. Kann mich jemand hier rausholen? Ich gehöre hier gar nicht hin. Hallo. Oh nein, Leute. Erstmal heilen Willkommen heute hier zurück zu einer weiteren Folge von Rob... Okay, ich lasse es, Leute. Ihr wisst Bescheid. Heute wieder zurück in Roblox. Heute machen wir die Versuch aus dem Kindergarten bzw. aus der Kindestagesstätte zu entfliehen. Und Leute, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dieses gelbe Zeug auf dem Boden ist. Aber ich kann es mir schon denken, ich war es nicht. Das war wahrscheinlich wie der Jeff. Ähm, kann man hier lang gehen? Okay, nein, hier kann man nicht lang gehen. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier weiter? Kann man da... Oh nein, Leute. Also hier drauf ist auf jeden Fall schon mal safe. Und ich glaube, wir müssen sogar... Ah, hier kann man durch. Okay, alles klar, Freunde. Hier ist dann schon mein nächster Checkpoint. Heute bin ich alleine, Leute, denn Izzy und Roman haben gerade keine Zeit, ja. Und deswegen muss ich das Ganze jetzt hier mal ganz schnell... Ah, wieso werde ich grau? Seht ihr das? Komm, mein Gesicht wird einfach grau, wenn ich hier lang laufe. Okay. Freunde, wir lassen uns davon aber jetzt nicht großartig abhalten. Denn wir müssen heute dieses Obby hier schaffen, weil wir nämlich aus dem Kindergarten entkommen wollen müssen. Weil wir, äh... Alter, das sind so dicke Stifte. Junge. Okay, ich hab's geschafft. Gar kein Problem. Kein Ding für den King. Bin ich jetzt hier drüber gelaufen? Hat er das jetzt angenommen? Okay, jetzt kommt hier die Army Attack. Ja, die Frage ist, komme ich hier dran vorbei? Ja, hier komme ich tatsächlich dran vorbei. Jetzt müssen wir, glaube ich, tatsächlich hier auf diesen Würfeln wieder hochklettern, Leute. Erstmal, wie geht's euch? Mir geht's auf jeden Fall heute super gut. Ich bin gerade eben erst aufgestanden, deswegen weiß ich nicht, ob das Video zu 100% pünktlich kommt. Leute, ihr wisst Bescheid, aktiviert die Glocke. Das ist immer wichtig, wirklich. Das ist wichtig, wenn ihr die Glocke nicht aktiviert habt, werdet ihr einfach nicht benachrichtigt. Deswegen, es gibt wirklich, das hab ich auch in der letzten Folge schon gesagt, es gibt einfach 50 oder 60%... Ne, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, es waren sogar 70%, die einfach meinen Kanal nicht abonniert haben, Leute. Also, ihr werdet einfach nicht benachrichtigt, wenn ihr, ähm, so nice Videos wie hier sehen wollt. Ich glaube, jetzt muss ich nach hier unten gehen. So, ihr werdet einfach nicht benachrichtigt. Deswegen, Alter, jetzt stehe ich hier in dieser Flasche drin. Ah, holt mich hier raus. Ich gehöre hier nicht hin. Oh Gott. Ähm, genau, es haben nämlich irgendwie sauviele Leute meinen Kanal gar nicht abonniert, Leute. Und deswegen werdet ihr erst gar nicht benachrichtigt. Deswegen müsst ihr mal, äh, könnt ihr mal gerne machen, Leute. Und natürlich die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Das ist natürlich auch noch sehr, sehr wichtig. Denn, die Glocke sagt nämlich, wenn ein Video rauskommt, dann werdet ihr direkt auf dem Handy benachrichtigt. Und ihr könnt sofort als allererstes das Video sehen, Leute. Und das ist mega krass, weil ich weiß, es gibt nämlich ganz, ganz viele Leute, die immer sagen, Hey Lars, ich bin erster, ich bin erster. Und wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann seid ihr immer die Ersten, die unter meinem Video... Äh, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Dann bin ich, äh, dann seid ihr immer die Ersten, die unter meinem Video kommentieren können mit erster, Leute. Das ist natürlich auch nochmal so ein kleiner Trick, den ich euch verraten wollte. Ähm, genau, so viel dazu. Äh, gibt nämlich ganz, ganz viele Leute... Oh, hier ist, glaube ich, richtig. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Leute, die das immer machen wollen und sowas. Und ich sag euch, Leute, ich lese die Ersten Kommentare. Also jetzt nicht, wenn da die ganze Zeit steht, er ist der Erste, er ist der Erste oder sowas. Das, das, das kriegt natürlich kein Herz von mir. Aber diese ganzen Kommentare, ähm, die ihr dann schreibt, wie zum Beispiel, Hey, da ist das Video, bla 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 und sowas. Wenn das Video direkt released wird, gucke ich immer ab und zu rein. Beziehungsweise gucke ich immer eins, zwömal rein und sowas. Und wenn da nice Kommentare drinstehen, dann like ich diese Kommentare mit einem Herz. So mache ich das natürlich. Und, wo waren wir, wo war das denn jetzt? Ich glaube, das war doch hier hinten irgendwo. Mist! Okay. Cool bleiben, cool bleiben. Das ist jetzt nicht so dramatisch, Leute. Wir schaffen das schon, wir schaffen das schon. Und, was ich euch auch mal erzählen wollte, ich bin gerade etwas am Planen, ja. Ich bin gerade was am Planen. Das habe ich jetzt schon mal in den letzten, ähm, Roblox-Folgen gesagt. Und zwar, Leute, da habe ich nämlich vorgehabt, eine, äh, einen neuen Kanal zu starten, ja. Wie der Kanal heißt, weiß ich noch nicht. Ich werde mir da auf jeden Fall nochmal was überlegen. Oh, Junge, Junge, das war so knapp. Ähm, da werde ich mir auf jeden Fall nochmal was in der nächsten Zeit überlegen. Aber ich werde auf jeden Fall einen Zweitkanal starten. Ähm, wie viel Arbeit das werden wird und ob ich den Kanal auch zu 100% durchziehe, weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Aber ich werde euch natürlich da nochmal ein bisschen genau auf dem Laufenden halten. Um, dass ihr natürlich die Ersten sein könnt, die hier immer fleißig zuschauen. Dass ihr die Ersten sein könnt, die hier den Kanal dann auch abonnieren können. Was ist das? Ach, das sind, sind es Dings, hier sind es Schnuller. Und warum zur Hölle ist sowas in der Kindertagesstätte? Ich weiß es nicht. Ich bin auch nur ein kleines Baby, ich will hier raus. Okay, cool. So, ähm, müssen wir jetzt wirklich auf diesen hängenden Lollis, äh, auf diesen hängenden Schnullern hier drüber klettern? Na, oh, ich habe einfach überlebt. Der Typ ist gestorben oder das Mädchen ist gestorben, aber ich habe einfach überlebt. Crazy. Ah, nein. Oh, nein, ich stand auf dem Boden. Dieses Spiel macht mich fertig, ey. Okay, cool bleiben. Geh mal da weg, Kleiner. So. Nein! Ey, alter. Das ist so, das ist, ich weiß es nicht, was es ist, aber das ist nicht richtig so. Es ist auf gar keinen Fall, oh, oh lol. Okay. Es ist auf gar keinen Fall, so, zack. Zack. Oh, Mann. Diese, das, man, man bleibt da drauf nicht hängen irgendwie. Man kann da zwar dran hochklettern oder was auch immer, aber irgendwie fällt man dann automatisch wieder runter. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Man muss irgendwie von hier direkt einfach nur so springen. Von, von Dings zu Dings, kann man so sagen. Von dieser Ablage hier zur Ablage. Haaah. Und dann hier, zack. Perfekt. Ging noch gar nicht mal so einfach. Okay. Stage 9, Leute. Stage 9. Ähm. Don't wake up the baby. Also, wir müssen jetzt hier ganz vorsichtig sein. Ich glaube, wir müssen dann sogar hier an der Seite irgendwie ganz vorsichtig hochgehen. So. Also, Leute, falls ihr Bock auf diesen Zweitkanal habt, das muss ich jetzt auch nochmal kurz sagen. Falls ihr da drauf Bock habt, dann schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da natürlich, Leute, damit ich das sehen kann, weil ich für meinen Teil habe da nämlich mega Bock drauf. Was da kommen wird, haben auch einige gefragt in der letzten Folge. Ähm. Dort werden dann so... Könnt ihr euch noch an mein Zuckerwatten-Video erinnern? Also, wer das nicht gesehen hat, Leute, kann sich mal gerne, ähm, suchen Lars oder so Zuckerwatten-Video oder beziehungsweise Lars oder so scharfe Zuckerwatte. Ähm. Loin, man kann hier oben drauf einfach laufen. Okay, lustig. Ähm. Da könnt ihr euch das mal angucken. Und sowas in der Art wird dann wahrscheinlich dort kommen. Auch verschiedene Reise-Vlogs und sonstiges. Weil ich möchte nämlich gerne das Gaming, also das, was ich hier mache und sowas, möchte ich gerne von dem Relife-Kram, was ich in der nächsten Zeit machen werde, eventuell trennen. Hier liegt auch einfach eine Hose und ein T-Shirt. Also, welches Kind ist da nackig weiterge... Uah! Welches Kind ist da einfach nackig weitergelaugt? Man kann nicht auf die Pizza gehen. Alles klar. Ähm. Genau. Ich möchte das Ganze halt ein bisschen trennen, dass man irgendwie Gaming und, ähm, Gaming und den ganzen anderen Rest hier, wie zum Beispiel so Videos und so Krimskrams, einfach, dass man das trennen kann. Dieses Baby ist einfach mega dick und jetzt bin ich in dem Baby drinnen. Oh nein, bitte... Oh nein. Hier fehlen ein paar Zähne. Wie witzig ist das denn? Yo, Bro, was geht? Oh, Leute, ich wurde gefressen. Toll. Wann werde ich mal nicht gefressen? Ich werde irgendwie immer in den Obbys gefressen. Man wird immer gefressen und wird dann einfach ausgekackt. Man wird immer gefressen und ausgekackt und was ist das? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Genau. Es wird auf jeden Fall dann viele Real-Life-Videos geben, wie zum Beispiel, wo ich rumreise, paar Sachen ausprobiere, keine Ahnung. Auch eventuell Süßigkeiten probieren mit Roman. Also jetzt nicht unbedingt Süßigkeiten, sondern so anderes Essen probieren mit Roman und so weiter und so fort. Also ich werde auf jeden Fall eine ganz schöne Menge machen, wie zum Beispiel Umzugsvideos und so weiter. Also alles, was so ein bisschen in meinem Leben sozusagen stattfindet, weil das interessiert halt auch sehr, sehr viele Leute, was so in meinem verrückten, crazy Leben so stattfindet. Ich muss sagen, es passiert eigentlich gar nicht so viel, außer, dass ich am PC sitze und Minecraft oder Roblox spiele den ganzen Tag. Toll, jetzt sind wir hier wieder bei den Kackwürsten, Leute. Das ist natürlich das, wo ich hin wollte. Alter, ich habe es bei einem Run geschafft. Ähm. Genau. So viel dazu mit dem neuen Kanal. Das hier ist... Ist richtig? Es war richtig. Ja. Oh lol. Okay. Ähm. Jetzt nochmal. Nein, das war falsch. Ich bin einfach gestorben, wenn ich den Fuß da drauf gesetzt habe. Ah ja. Mhm. Mhm. So sieht das aus, Freunde. Ist ja... Okay. Oh. Das muss ich jetzt auch nochmal kurz sagen. Leute. Weil auf meinem Thumbnail Izzy oder Roman gerade draußen, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Diese Thumbnails, die werden uns ja gemacht. Das sind so Designer, die machen diese Thumbnails, genau. Diese Thumbnails werden ja gemacht von jemandem. Und diese Thumbnails, Leute, schicke ich immer einen Tag vorher dem Typen, damit er die machen kann. Weil das sind keine Deutschen. Und dann schreibe ich dem so, yo, kannst du das bitte für mich fertig machen und sowas. Und dann machen die das für mich fertig. Und, Leute, es kann natürlich immer sein, dass dann irgendwie Izzy oder Roman auf dem Thumbnail drauf sind, aber die dann halt nicht mit in dem Video dabei sind, weil sie dann mir sagen, okay, Lars, ich habe doch keine Zeit für das Video oder ich muss ganz, ganz dringend irgendwo hin. Deswegen, Leute, wundert euch nicht, wenn Izzy oder Roman mal da drauf sind, aber dann irgendwie doch nicht mit dem Video. Das wollte ich jetzt hier nochmal zum Schluss erzählen. Ich glaube, ja, we escaped, Leute. Mega nice. Wir haben es geschafft. Wir sind rausgekommen. War auf jeden Fall eine ganz interessante Obby. Aber was ist denn das hier? Kann man hier... Was ist das? Sind das hier verschiedene YouTuber, die da mitgemacht haben oder sowas? Ich glaube schon, oder? Sind das die, die das schon hier gespielt haben? I don't know. Ich will... Ich glaube, das sind schon die YouTuber, die das hier schon mal gespielt haben, die Obby. Ich will hier auch hin. Ey, Typ, der die Obby gemacht hat. Ich möchte hier auch zu dieser Obby hinkommen. Ist das irgendwie möglich? Ich weiß es nicht. Kann man dem irgendwie anschreiben? Leute, schreibt dem Typen mal, der die Obby hier gemacht hat, dass ich hier... Subscribe to Packstapper. Aha, okay. Packstapper, ich habe diese Map hier gespielt. Ich schreibe dem jetzt noch gleich auf Twitter, Leute, weil ich will hier auch stehen. Wie nice wäre das denn, wenn ihr diese Obby hier spielen würdet, dann würdet ihr hier auch stehen einfach. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 14 Uhr bei einer breite Video, Leute. Wie gesagt, Glockaktiv nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Halt rein, Leute. Tschüss.